Jetzt würden wir aufpassen. Der Rhein-Grader kommt lang. Der Koffmann hat eigentlich eine gute Chance, aber am Ende passt er armlos. Naja, kein Grund zu haben. Magdann das Tor! Nein, kein Tor! Aber trotzdem eine tolle Szene. Ein Konter wie aus dem Leerbogen. Schöner Maß. Ja, könnte was werden. Und jetzt die Chance. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Könnte was werden. Schade, der wäre fast längen gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen Sie weitermachen. Jetzt ist es gefährlich. Vielleicht der Ausgleich. Kein Tor. Ah, nicht der Ausgleich. Das müssen Sie ab und direkt nachsetzen. Ja. Ja. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gefährlich. Boah, das könnte was werden. Und er macht sie nicht. Wahnsinn. Stark vom Kiefer. Da hat er scheinbar. Gleich ist hier Schluss. Aber Sie können den Ausgleich noch backen. Jetzt bekommen Sie. Oh, das war knapp. Ha, das war richtig knapp. Toller Versuch. Leider kein Tor. Aber ein richtig. Super dieses Zuspiel. Jetzt ist es gefährlich. Was für eine Chance. Ein fantastisches Tor. Und dann macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Ja. 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 Ja.